Jetzt sind wir wieder im Languedoc, den Rarissim haben wir auch schon länger im Programm und man kann mit gutem Gewissen sagen, das ist etwas vom Besten, das man aus dem Languedoc haben kann. Er wird nur in kleinen Mengen gemacht und für uns hat er dieses Jahr sogar ein Spezial Rarissim gefüllt, der noch etwas dichter ist und komplexer als der normale Rarissim. Das ist auch der Grund, weshalb man ihn etwas später anbietet. Er hat einfach auch etwas länger gebraucht, um sich abrunden. Jetzt ist aber voll da, kernig, würzig, dicht, intensiv, sehr lang, ein wunderbarer Tropfen, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, gerade jetzt ideal für die kalten Wintertage.